Silberhochzeit, Silberhochzeit, feiert ihr heut und doch wir sind dabei. Erstmals einen Moral- und Tugendorden zu verleihen. Das ist geil, Schatzi-Mutserl. Ja, Wutsi-Schatzi. Das ist geschenkt, das ist der Hammer. Ich glaub, das wird heute noch ziemlich lustig. Ja genau! Schweig! Entschuldigung. Verrückt die Darte an deinen Nasen! Das ist doch der Wahnsinn! Das ist ja wie bei den Hirtenfall im Theater und wir uns lachen. Ich kann doch nichts dafür. Ich bin nur das Ergebnis. Nicht der Verursacher. Dies warst du, du Hame! Das war ich nicht! Ihr Hame! Ich will gar kein Nickel! Und ich auch nicht! Kein Nickel bist du nicht. Dies kann ich bestätigen. Verrückt dich wieder! Ich bin der Frucht, er hat gepflanzt. Ich bin der Frucht! Er hat gepflanzt! Hallo! Wer Augen hat zu sehen, wer sehe! Wer Augen hat zu sehen, wer sehe! Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ja!